Hui und herzlich willkommen zum Russian Sunbeam Number 3 mit dem Moritz. Hui. War mal geil, diesmal nicht übersteuert. Nee. Diesmal nicht übersteuert, alles klar. Ich hab's extra ein bisschen leiser gemacht. Extra leiser. Gut, wir werden am Anfang das gute alte Waffenspiel jetzt mal spielen. Okay. In Blobsfucking 2. Rückschläge, eine Waffe... Aber, pass auf, weißt du, was wir jetzt bei Waffenspielen machen werden? Ja, nee. Man kann die Rückschläge einstellen. Boah, nee, das willst du nicht wirklich ändern, oder? Das heißt, statt einer Waffe Rückschlag machen wir jetzt zwei Waffenrückschläge. Also, wenn du mich messerst... Und du jetzt zum Beispiel bei der Exe-Fotze bist, bist du wieder bei der B23. Bin ich bei der B23... Ach, Gott, ja, okay, meinetwegen. Bin ich mit einverstanden. Bist du mit einverstanden? Ja, also ist ja auch keine Wahl irgendwie, ne? Äh, sonst ist... Hab ich wieder die falsche Waffe? Nee, das ist die richtige. Okay, gut, dann mach mal los. Du wirst sowieso rausfliegen. Ja, der Grund, warum wir jetzt den Russian Sunday aufnehmen, ist einfach derjenige. Und das, Moritz, kannst du ja mal erzählen. Die wissen doch gar nicht, dass wir das nicht am Sonntag aufnehmen. Ja, aber das muss ja nur am Sonntag kommen. Hast du selber gesagt. Ja, wir können doch ja auch irgendeinen anderen Tag aufnehmen. Muss ja nicht der Sonntag aufnehmen. Ja, ja, deswegen ja. Ja, genau, ich hab dich keinen Bock auf Gelobst. Deswegen. Ja. Außerdem sind gerade die Leute selber kaputt und... Aber geil, ich bin nicht rausgeflogen. Fünf, fett. Voll fett, hab ich auch gerade gedacht. So, es ist scheiße warm, meine Fenster sind zu, die Leute aber gehen nicht. Und deswegen... Spür wir Blocks. Aber ich hab immer noch voll das fette Grinsen auf meiner Fresse einfach nur. Oh ja. Das werde ich jetzt aber nicht erzählen. Nee, nee, das wirst du nicht erzählen. Alles klar, gut. Sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Synchronisation, hab ich noch nie gemacht. Boah, wo fett das mal daneben gesprungen, sagst du? Ach ja, jetzt wirst du die ganze Zeit das wieder runterspringt, bis du da einen guten Spawn bekommen hast. Das ist jetzt Quatsch. Alter, das ist so glitchig. Fängt schon mal gut an. Behindert fängt das an. Vor allem, weil ich keinen Aim hab. Ja, wieder schon... Boah, wieder schon rangejumpt, komm! Nein! Oh Gott! Oh mein Gott, meine Hände sind so glitchig. So glitchiglitchig. Boi! Boi! Das war jetzt hammerkacke, ne? If you know what I mean. Was wird denn das? Ich hab deine... Aber jetzt musst du nah ran. Mama! Nein! Oh, ist das ne Wichsscheiße. Boah, scheiße. Die Echse-40 ist einfach viel stärker im Nahkampf. Ist ja auch. Kann man eigentlich wirklich durch die Wand schießen? Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Attacke! Boah, Alter, hast du mich gesch... Wie er über mich gejumpt ist. Oh Gott! Das kann ich! Boah, jetzt hast du die MSM... Hast du einen gefressen? Quatsch. Oh Gott, da steht er ja schon hier! Boah, das ist doch kackig. Ich hasse die fucking... Du spawst, Alter. Marsch, der fällt, ey. Oh Gott! Alter, das kann nicht sein, ey. Boah, Mama! Wenn du wirst, wie glitchiglitchig meine Hände sind, Alter. Boah, Alter, es ist so warm einfach. Oh! Boah, Alter, ich krieg die Waffe nicht weg. Boah, Alter, jetzt kommt der da hinten. Gar nix, du, Dirk. Du stehst da drin, ich seh dich. Quatsch, tue ich das. Decker-Visier. Oh, oh, irgendwie, 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 ich hab nicht nachgeladen. Boah, Alter, was macht denn der für Sachen, ey? Boah, Alter! Nein! Na ja, wollte ich messern. Eigentlich hattest du die viel bessere Pose. Ja, aber ich wollte irgendwie messern. Boah, Alter, meine Hände sind so glitchig, Mann. Meine Maus ist voll Schweiß, mein, meine, meine Tastatur, mein, mein Maus-Pad. Ohne Spaß. Ohne Spaß, ich rutsche die ganze Zeit von meinem Schreibtisch runter. Rutsch von deinem Schreibtisch runter? Ja. Oh, Gott, er steht schon wieder oben. Ich bin hochgeklettert, nein, nein. Hä? Hä, willst du mich verarschen? Oh, die Stella. Hm. Die Fotze ist einfach scheiße. Oder die Chico. Chico ist so eine Dreck-Dreck-Dreck-Dreck-Dreck-Dreck-Dreck. Wait, what, warte mal. Alter, ist das so. Boah, Alter. Die haben auch das eigentlich so eine coolen Waffe. Boah, Alter. Ja, zum Fischi-Kotzen. Oh, Gott. Da ist die Witz. Geht doch. Voll geil. Okay, das war scheiße. Hat sie keine Schnittgegen? Nee, hat sie wirklich überhaupt nichts an Schnittchen. Boah, da. Ich juckt sie in der Nase. Voll geil. Jawohl. Erst mal angucken. Wer möchte ich dir nicht holt hat. Oh, Mann. Das ist doch zum Fischi-Kotzen. Ich will das auch mal gewinnen, Alter. Erst mal nachladen. Hat der 1-1 oder was? Weißt du? Ja, Alter. Erst mal regenerieren. Ich gebe dir einen Wichs-Het-Shirt. Boah, Alter. Das kommt auf keinen Kuh-Kotzen. Alter. Hast du gefressen. Quatsch. Oh, tut es weniger gut. Hey, ich bin unten. Das ist doch eine Lüge. Ich hasse diese Dreckswaffe. Er macht es so scheiße in Waffen-Spielen. Ich denke, der 1 macht es eigentlich eine ganz gute Waffe. Boah, Alter. Du frisst so viel wie eine Teil-Nutte, ey. Quatsch. Kommst von rechts. Kommst von links. Kommst von links. Boah, Gott, von wo? Oh, ja, okay. Wichse! Kann das nicht. Erst mal nachladen. Von wo kann man denn hier durchschießen? Ah, von hier. Aua, hab ich gefressen. Wie viel Muni hast denn du? 12 Schuss. Boah, Alter. Ich hab jetzt die Idee. Willst du mich messern? Quatsch. Mach einfach Black-Bops 2-Style. Eiße. Die Feuerwehr hat er mit diesem Weg mit dieser Wichs-Waffe so scheiße einfach mal. Erst mal nachladen. Oh Gott, er badet. Wieso ist er nicht aufgestanden, der Huan-Zoom? Ähm, ich hab jetzt wenige Chancen, dich zu messen. Hammer. Diese Wache hat so eine Idee, die gefeuert hat. Da kann man überhaupt keinen Triggerfinger benutzen, ey. Echt zum Fischi-Kotzen. Hey. Ah, okay. M.G. ist einfach, ne? Spray over 9000. Ach, Quatsch. Boah, Alter, hab ich gefressen. Denkst du nicht, ich weiß, dass du nach oben gehst? Denkst du nicht, ich weiß, dass du nach oben gehst? Boah, Alter. Da hat er, glaub ich, eingeschluckt. Quatsch. Hat mir voll auf die Stirn gehauen. Ich hasse dich immer schon, weißt du, was er ist. Oh, glaub ich, wo hab ich denn den hingeballert? Aua. Das war jetzt irgendwie Bullshit. Hätt ich mal gesagt. Fatsch. Vielleicht hab ich die bessere Pose hier unten. Boah, Alter, Junge. Echt peinlich, dass ich nicht treffe. Ich hab mich nachgeladen. Ach, gut. Ist doch Wichsen. Wichsen? Boah, Alter, Junge. Okay, das hab ich, ehrlich gesagt, nicht erwartet. Du spornst, Alter, am Grützelberg. Kein Teil, was der Gott gesagt hat. Das ist nicht möglich. Wie der weiß. Wie das auszieht, Alter. Wo bist denn du? Oh Gott! Ich hab durchs Fenster geschossen. Scheiße, Mann. Das ist echt so ein Fisch-Katzen, ey. Ohne Witz jetzt. Alter. Alter. Attacke! Okay. Doch keine Attacke. Alter! Alter! Gott, Alter! Boah. Friss! ARTILLERIE! Scheiße. Wo bist'n du gespawnt? Wo bist'n du gespawnt, alter? Richtig am Grützelwerk, gell? Richtig am Grützelwerk, gell? Serio? Ja. Wo zum Teufel gammelst du? Ich bin hier hinten, alter! Aua, man kriegt ja Fallschaden. Das war irgendwie kacke. Und ich glaube, das war das Game. Du musst'n auf der Ballistik treffen. Bei Ballistik kann ich ja schießen. Du warst schonmal beim Ballistik und hast'n verkackt. Ja, die Sache ist, weil ich nicht... Loil. Coole Posi. Problem ist nur... What the fuck? Ach so, hi. Hm, irgendwie öde war. Kann ich nicht sein. Mama, du... Aua, der hat ja einfach geilich, 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 geilich. Bist du wieder unten? Nein, diesmal nicht. Doch, bist du? Nein. Doch. Doch? Nein. Nein, ich bin die ganze Zeit hier hinten, alter! Äh, wo war, alter? Ja. Ist doch lustig, oder nicht? Hier. Und... Batz. Okay. Kein Batz. Ja. Und das war das, äh, Wackenspiel. Du hast mir sogar noch einen mitgegeben. Okay. Und jetzt mal das Wackenspiel. Ach, Karte wechseln. Äh. Hä? Spielmodus? Ja. So. Scharfschützer. Warte mal, Scharfschütze nochmal. Warte mal, Scharfschütze. Warte mal, Waffentimer. Okay, komm. 20 Waffen und Waffentimer. Ach ja, stimmt. Das war das. Eine Minute. So, warte mal. Eine Minute mal 20. Warte mal. Eine Minute mal 20. Eine Minute mal 20 sind 20 Minuten. Ah, jo. Ja. 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 Okay. 20 Minuten. Das ist okay. Los geht's. Ja, Scharfschütze ist halt, du bekommst irgendeine Waffe. Ja, das weiß ich jetzt. Mit irgendeinem Aufsatz. Im Kampftraining spielen sie mit ihren Freunden gegen Nichtspieler Gegner. Durch das Kampftraining erhalten sie ihr P um im Rang aufzusteigen. Voll geil. So wie Bots in League of Legends oder was? So wie Bot Games? Erstmal gucken ob LOL geht. Nein geht nicht. Wer hat das gedacht? Immer noch nicht. Aber du bist ja nur Mist geworden ey. Fix die irgendeine Mist einfach nicht. Ich muss heute noch ein Video hochladen. Das war voll geil. Hammer. Bist du rausgeflogen? Dead Waffe. Hammer. DSM mit Schalli. Voll geil. Hammer. GG. ottag? Well played, alter. Boah alter fett leck. Ein fetter Dillo auf der Waffe. Yes. was macht ihr rassens an der aufnehmen aus es ist auch kein sonntag kommt ja am sonntag die bimbo alter weil es gibt modus auf nur zu haben gesagt ich habe gerade eis gekriegt jetzt hat er mich angestopst halt deine wichse schnauze ich kann jetzt auch nicht pausen machen weil das spiel weiter geht auch nicht schlecht dann gibt es auch noch ja das weiß ich voll geil ich meine dsl mit schalli das ist ja gar nichts aber gar es ist so eine grützler vereinfacht nur und was für eine grützler vereinfacht na das war jetzt irgendwie scheiße ich weiß nicht ob ich dir schon mal gesagt habe aber chikom ist meine absolute hasse boah alter jump wirklich doch wieso muss man etwa alle dinger treffen oder was jetzt ich bin ganz gut was ist vielleicht würde ich du dann da hat man ja null schnitte wollte das erste freemen fd da hast du nur die ganze knicken sich dann noch mal hingehen und gott alter das ist aber jetzt nicht so geil weißt du das eigentlich so eine mistgestein fünfundzwanzig du uns auf einmal sehen auf messern werde ich gerade gar nicht gekommen ja glaube ich dir hä hä willst du mich nacken? hama voll geil ein headshot alter du hast durch dieses dingsbums jetzt voll mega ne poschbomb ohja ich floh man ohja das bist du wohl mega geil boah da voll fett voll fett ich treff nicht gleiche Idee hammer hm das war ja null rhythmark oh die waffe ist so dreckig in der kimbo war das ist wohl wahr mein junger padawan aber ich hab ne taktik dafür aber ich hab ne taktik dafür ja 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 erst die eine lässchießen dann die andere quatsch loll durch die wand hm anscheinend ne also das ist so ne wichswaffe und ne witz kannst du deinen wichse rein stoppen dass sie nicht mehr geschossen werden erst mal geschmeidig nachsagen ne erst mal baden oh hä waa voll fett ey 5 4 3 2 und wir haben um waa ha 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 messer ist doch warum kommt zweimal hintereinander dieses fickmesser man manche leute würden jetzt sagen ich hab nen vorteil weil ich der host bin ähm Resultat ich seh das genau so ist das ein wurfmesser? ne das ist ein t das ist ohne scheiß ein messer ist ohne pferd komm oh gott da ey mit hinlegen dodge fand ich scheiße das ist voll kacke gemacht im plops ohne wette ich weiß voll geil boah alter wie ich gegen die wand geklatscht bin oh schön ey was ist das für ein wichs scheinen bei uns wie wechselt man das visier mit shift eigentlich aber ich will das andere visier ja gar nicht hm der abstand ist jetzt nicht so groß ne alter es leckt kein plan warum pfff gleiche idee gleiche idee nur du hast nen headshot gemacht und ja eigentlich nicht boah ne die headleter pose da kannst du knicken dass du da jemanden tötest alter wenn du nicht irgendwie sofort der übelste einfach mal den headshot verstehst du was ich meine alter das ist ein witz von witz mal nachladen erst mal nachladen erst mal nachladen erst mal nachladen erst mal nachladen jetzt auch gesagt das mal nachladen das mal nachladen aber das mal nachladen das mal nachladen doch Boah, die Waffe ist so ein Kacke! Boah, voll geil, ich bin nicht tot! Die Waffe ist soo scheiße... Die Waffe ist soo... So wichse, ich sag's da! Jump, motherfucker! Jump! Motherfucker, motherfucker... Nicht gut! Du bist ja immer noch im Vorsprung! Loll! Oh Gott! HÄÄÄÄÄÄH!!! Der Headshot hat ausgemacht... Neneeneeneeneene Du sponser gar nicht Oh Gott nein ey Ich hab richtig eingefressen, du Ach Gleichfalls Oh Junge Der hat so ne geringe Feuerrate Oh ne Scheiß Kein Wunder, dass nur die M8A1 gespielt wird Die Waffe ist sowas von Scheiße Swat ist einfach nur Eine Geimel, Geimel Ja man Oh Kann das Ding One Wurst machen? Kann ich's an dir testen? Keine Schnitte an dieser Drecks Posi Hammer Ich wollte da nicht voll schießen Aber dann warst du schon zu schnell an der Posi Dat wusste ich Aber ich konnts nicht recht No Das ist einfach Ich wollte da nicht Ich wollte da nicht Oh nein Oh nein Ich wollte da nicht bei der tag kann man schneller machen da machst du erst mal angucken diese waffe ist sowas von scheiße aber ich treffe nichts das ist so eine grütze von wix ich will auch noch messern aber es war schon zu spät leider was das sieht so hässlich aus voll geil und wieder kommen attacke in die aia in die faszin nein nein in die fresse oder was ich hatte hat einstuch zu wenig ja 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 jawohl du so ne wichse das muss ich jetzt gewinnen mit attacke ja war eigentlich ziemlich offensichtlich was ich jetzt machen könnte ich könnte ja hinten campen das wäre aber scheiße mach ich aber nicht ich kann nicht so schnell ich kann nicht so schnell ähm doch erstmal nachlaufen ㅋ das war noch dann weiter wie ich gerade dachte die werden Friedenstiftler Scheiße mann mit Senf was man ab da doch das stand der Fenster alle meine Schreibtisch ist so glitschig wenn ihr nur die Maus meine Tastatur meine Maus und mein Schreibtisch das war eigentlich ziemlich offensichtlich hoffensichtlich ich schürle ich glaube ich glaube ich glaube da hatten wir dieselbe Idee ach du Wichser einfach nur das ist der Thermal nein voll geil das Ding kannst du so in die Tonne klappen das ist so ne Wichsende Fickende Pferdearschkacke Wichs das geht auf keine Kuhhaut alter von wo da oben das ist kein Recall gut job da kommt zwei okay ich glaube das ist ziemlich eindeutig dass ich das hier nicht gewinnen werde vor allem wenn wir so ne Scheiße spielen mit Schalldämpfer und und ne und Zielsuche für die Extra-Bummis Jau vor schießen alter das kann es nicht wahr sein wieso ich hab gnadenlos gladen gladen gladenlos gladenlos ist den dener killstreak gladenlos ist erst natürlich nachladen ja die geht's auch so da kommt zwei Style ich hasse diese Waffe weißt du das eigentlich ich wichse die ähm ich ähm ne Halleluja ich hab nen Kill mit der Scheißwaffe mit der Dextwaffe das ist so ne Scheißwaffe die Fahne so göttlich HA ja wo man gerade davon redet wa mein Trick mein Triggerfinger heißt mir grad n bisschen scheiß boah alter ich hab den durch die Eier geschossen also durch die Beine wie ich auf die Map geguckt hab hm kommst du mal da weg ha erwartet er einfach mein Triggerfinger ist vor ihm nicht so gut das kann das nicht sein einfach nur äh ja 390 zu ne Aua zu 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 610 gar nicht OP das ist ne Wichswaffe die ist OP erst natürlich nachladen und regenerieren dann schießen nachladen springen und töten springen und töten Diese Waffe ist sowas von scheiße, aber sie hört sich geil an. Puh, Alter, wie viel schluckst du eigentlich? Attacke! Nein. Habe ich nicht erwartet. Habe ich nicht erwartet. Heilige Makrele, Alter! Tate! Ich hab geta... Patate! Den zweiten hättest du gewonnen. Boah, Alter. Es gibt so einen geilen Trick mit dem Ding. Warte mal. Oh nein! Brilliant kommt rein! Boah, Alter. Du wirst mich eigentlich verarschen. Okay. Maxi auch! Äh... Die wollen mich verarschen, oder? Warte. Boah, Alter. Das sind solche Ruhrensöhne einfach nur. Raus! Verdammte Wichse! Wir unterbrechen... Wir unterbrechen diese... Fucking Sendung! Maxi! Maxi! Ich mach einen Abgang von hier! Boah, Alter. Die wollen mich verarschen, Leute. Aber... Geht doch! Meine Wichse! Man könnte jetzt sagen, dass du dadurch verloren hast, weil... Äh... Sagen wir so, wenn man die realen Chancen sieht, die ich hätte verloren. Mama! Haha, voll geil! Ja, das habe ich verloren. Oder... Obwohl, doch, ich hätte es auf jeden Fall noch gewinnen können. Ach, das ist... Boah, Alter! Boah, Junge! Boah, Alter! Boah, Alter! Boah, Alter! Boah, Alter! Boah, Alter! ich hätte gewonnen das ist so zum ficken naja ob du gewonnen hättest ist halt die frage weil ich hab bestimmt auch noch ein paar kills gemacht also klar wenn man jetzt so sieht ich meine du warst 40 punkte du warst in einer guten position aber ich meine ich hätte bestimmt auch noch ein paar kills gemacht okay gut dann steht jetzt eins zu eins und ich bin so mega geschwitzt das glaubt man gar nicht kann meine haare damit selbst vielleicht jetzt ein passwort drauf machen das problem ist ich habe spieler mit vier deswegen gut das spiel die aufnahme geht wahrscheinlich schon längst über 30 minuten deswegen wollen wir jetzt was wollen wir jetzt machen wollen wir jetzt eine im lauf machen kann man machen in einem lauf ne ja ok dann spielen wir jetzt einen lauf und dann ist das hier gegessen zeitlich mit zehn minuten das wird sowieso keine zehn minuten dauern also los geht's problem ist problem ja wo das hat vielleicht ein nachteil weil wenn wir beide verschießen müssen wir messen egal dann werde ich ja nur für wenn wir sind wenn das gerade ja das ist warm geht die leute selber wieder kannst du mal ganz kurz gucken warte und noch auf die homepage gucken warum sollten sie ja ich meine wir sind gleich fertig aber YOLO das Problem ist ich bin so am schwitzen einfach nur wenn man jetzt aus Versehen auf die fucktaste du ja ich bin auch übelst am schwitzen oder ich habe mir gestern ein neues T-Shirt angezogen und ja alles klar was ist eigentlich wenn ich runterspringen ich glaube das lässt ein Leben natürlich Wichse was geil ist du bist nicht herzhaft unten na klar ist er unten soll er auch sonst sein holy moly das war nicht erwartet nicht erwartet also entweder bist du gut ach erstmal Positon Position tauschen sagst du Recht ernsthaft das Gut das heißt jetzt muss ich dreimal hintereinander cruel Señal ja genau hoch und Nein, ich dachte, du wärst da oben. Du wachst ja. Ich bin nach unten gelaufen. Ich hab keine Lust, das zu fahren. Ja! Boah, Alter. So, du wichst. Erstmal weggehen. Nein! 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 Jawohl! Boah, Scheiße, Mann! Wie er instant rausgeht. Warum? Warum? Wir wollten ja nichts mehr machen. War ja fertig. Wie viele Leute spielen Black Cops? Zwei, Alter. Viel zu viele. Ja gut, dann würde ich sagen, das war's vom dritten Russian Sunday. Willst du noch irgendwas sagen? Nein. Außer, dass es 2-2-1 steht. 2-2-1, genau. Insgesamt. In der Gesamtwertung. Ja, das ist richtig. Ähm. Ähm. Dann bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann bei den nächsten Videos. Und fix EO West. Ja, genau. Und fix EO West. Wir sehen uns bei den nächsten Videos. Oder zum nächsten Wochenende in der nächsten Woche. Bis ein. Tschüss! Ich hab einen ruhig vergessen. Kannste noch machen, los! Hui! Hui! Carsten Hintz. Hyggeist. , estial Alles hermit, Philippus! Tee, nicht so blood ra MAN. Komm Best對den, uh, mir viene Ellos toss Nordum. hơn 00 tweede ich. Taüsивadaan, Untertitelung des ZDF, 2020